also ich hätte bei so einem regenwetter eher dieses teil hier genommen es ist robust es ist ein auto smartphone und das irgendwann mal an es ist das uli von amor x5 2019 also nicht wundern warum da nicht 2019 steht weil es gibt auch das amor x5 in der älteren variante ohne lte und ich habe die lte variante und da müsste eigentlich 2019 oben stehen sonst ist dieses handy als teil als mein begleiter auch sehr gut und ja danke